Ja, hi willkommen, mein Name ist Daniel Lp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir die Lanze Valkov erledigt auf den Schultern der Mamata. Und, ja, Maximilian will sich jetzt uns selber gegenüberstellen mit seinen künstlich erschaffenen Schild- und Lanzen-Dingern, die mit wahrscheinlich teuerster und bester Technologie hergestellt worden sind. Aber ob das so funktioniert, werden wir ja sehen. Maximilians Vision. Sieht echt krank aus in dem Bild. Mal gucken, was da passiert. Er macht mir einen vernünftigen Eindruck. Er macht mir einen Weg, was da passiert. Das war's für heute. europa habe ich nicht wieder fein und schau dauern was für ein klassischer name ja jetzt der kampf los geht's ohne große vorworte einfach ein und alles kaputt trauen so wie wir es immer machen dieses mal ist das letzte mal auch wenigstens gemisch hier nach freigeschaltet werden wird das war jetzt ein bisschen jetzt irgendwie so die spannung und den letzten part irgendwie ruinieren würde ich sagen deswegen machen wir diesen kampf und das ende und das reicht dann nur schon mal damit ihr vorgewandt sein okay wir müssen endlich unsere rechnung mit maximilian zu ende bringen müssen er kann jeder attacke analysiert neutralisieren die man in seinem weg schweißen wie die anderen weil können die man gesehen habe aber sie sind nur künstlich sind alles nur teil eines geräts ich frage mich was es war sie da irgendwelche verdächtigen dinge herausgekommen ich frag mich ob wir irgendwie die abschließt mit tag der maniak out und put an end to this war ja wir haben die ganze nation hinter uns wir werden das schon irgendwie schaffen wir haben zehn leute die wir platzieren können mit zweiten und zucker und er hat jetzt großen abwehr ausrüstung ja die uns auch hoffentlich ein bisschen helfen wird natürlich kommt alicia so sie dann rosie dann kevin irgendwie immer die gleichen dann johann oder leise würde ich nur sagen herbert und maria ja es werden sowieso einige sterben ich sehe jetzt schon kommen ich möchte ihn auch ungern irgendwie schneiden also ja der letzte kampf beginnen ja bestimmt nicht in einem part schaffen aber ich möchte ihn auch ungern irgendwie schneiden also ja ein bisschen blöd aber was soll es los kommen ja maximilian künstliche markierung sind wir können nicht weiblich irgendwelche letzten worten wirken die musik alles klar Das ist ein Wettbewerb, der auf dem Kampan der Mord. Das ist ein Wettbewerb, oder? Es ist ein Wettbewerb, aber es ist ein Wettbewerb. Schamrock, wie auch der Kampan der Kampan der Kampan. Das ist so. Adelweiss, ich werde immer wieder gehen. Wilkie, bitte. Okay, der 7. Statt ist fertig. Ich werde Maximilian-Machimilien verletzen. was könnten wir nur machen er kann uns direkt abballern haben wir ja alles wir haben türme er kann jeden sehen oder ich weiß nicht mit wem fangen wir an mit der stadt der alicia okay du kannst das ding vielleicht abschließen du brauchst natürlich na was soll das denn manche nahe hinschießen ach ja ich habe hier diese neue ding jetzt ausgerüstet stimmt es hat sie nicht mehr sieben schießt jetzt hat sie nur noch fünf war noch mal ganz sicher heilen so so ein tor machen wir schon mal war das auch noch so ein turm oh mein gott da hat viel viel abgezogen er sagt für gegen panzer wird auch verdammt viel abziehen wir können es ja mal versuchen nix da na den kann ich so erschießen deswegen hab ich den treff bei denen ne das war so klar ich darf ja auch nicht einmal glück haben ne kevin so mach du den turm da kaputt du kriegst hat doch du schaffst du bist ein verdammter killer oh mein gott echt 18 warum warum ausgerechnet jetzt na du wirst ja wohl den kaputt kriegen irgendwie wow ich krieg das ding nicht von da aus oder so zwei dinger schon mal kaputt das zurück das wagen da das war eine bessere ding ist jetzt ne jetzt nicht muss er wohl treffen jetzt ne jawohl auch schon mal erledigt da kann man dich jetzt anschließen ich weiß nicht schon eine gute voraussetzung jetzt das war das hat so gut geklappt versuchen wir es doch noch mal ja auch nicht aber kaum ob sie da wir folge abziehen ich habe mich abschießen ich habe schließen mein gott also nicht was das schon bringt die dinge abzuschießen aber versuchen man mal dann mein gott danke schießt immer alle kaputt das ist sehr blöd marina danke warum ja sie hat gute arbeit geleistet sondern machen wir mal ausgefallen ist all units defend also das gefühl würden wir brauchen also nicht dass ob irgendjemand hier irgendein schlag überleben wird aber ganz aber versuchen und schaden du hast noch nichts gemacht wäre du machst was er weg sie geht einfach dadurch wahrscheinlich läuft sie gerade am maximilieren so vorbei auch auf 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 so kann das ding anvisieren aber ja hab schon gedacht geschützt mich so was machst du jetzt schießt jetzt wahrscheinlich einmal so durch und zerfetzt meine ganzen leute hier oh weh du kommst auf mich los naja ob das bitte nicht noch mal da gebe wirklich ruhig weiter weg naja herbert aber ja sind ein paar gestorben glaube ich auch nicht wirklich irgendwo weiter weg genau das ist gut das ist eine gute idee also das gefühl sollten nicht alle da stehen was nein wir sind schon wieder da oh man ich dachte war ja fast gar keinen schaden bekommen warum man die edelweist ist so im eimer ich dachte ich war so gut drinnen im kampf wir müssen die dinger kaputt schießen und dann direkt auf ihn drauf ja komm schon ja komm schon du wolltest zu schaffen sein hallo schießen die überhaupt auch du schießt du schießt hallöchen na das ding wieder ich brauche einen sniper ich brauche wieder marina jetzt kriegt das ding ja nie kaputt da hinten meine ich also irgendjemand schießt hier so lenzer mäßig das ding ab ich mache das hier alles umsonst erstmal ne wir sind feige hier am spiel aber egal ich kann mal mit der edelweist versuchen wieder ich muss das ding da hinten treffen weil das jetzt mal maximilian kaputt schießen wenn ich überhaupt keinen plan ab und grad machen sollen wahrscheinlich kommt der dreck näher ich würde mal sagen oh mein gott warum bist du so kaputt mein gott wenn wir sagen warum du so tot bist ist ja gar ich weiß du bist das gewöhnt aber trotzdem man fragt sich jetzt nur was wir machen müssen na na ähm welken super find ich geil wenn alles so funktioniert solange ja nicht immer mehr kommt das hat ja kein problem ja das face kann man versuchen mit irgendjemanden immer anzukratzen klar gut zum beispiel mein gott ich treffe ihn noch nicht mal was soll das was ist denn das wo ist die switchkraft wo ist die switchkraft ich weiß nicht was wir machen sollen bis jetzt oder ich hatte echt pech und habe zweimal daneben getroffen ich habe jetzt nicht verteidigung hoch warum überhaupt schaden ne ne verstehe ihn kampf noch nicht der stellt sich auch extra so dahin damit er alle trifft ne los komm ich will ich treffen ja auch da hinten irgendwo hin gut kann ich allen treffen da kann ich alle treffen dann also bewegt er sich verdammt langsam okay jetzt sind wir in sich heute erst mal jetzt sind wieder alle türme da was soll das sind die kaputt war sie macht immer wieder platt ich weiß noch nicht so genau was ich machen soll ist auch ein bisschen näher seit ich den kampf gemacht habe ich hoffe man merkt dass doppel attack was zum teufel ich glaube ich kann zweimal angreifen man ja der zweite ding kaputt mal jetzt kann man uns auch ein bisschen ausschleichen schon sagen wir können jetzt schon 20 minuten und es ist nichts passiert ich habe den da hinten wieder kaputt hauen herbert reparieren mal wieder mit der wohl zwei angriff überleben so versuchen wir mal ein anderes obwohl jetzt wo ich sie alle sogar draußen neben stelle merke ich gerade ist vielleicht auch nicht so eine schlaue idee ist okay versuchen wir mal den her kaputt zu kriegen wenn ich treffen würde das bringt wahrscheinlich irgendwas aber nein bezieht seine energie maus ziehen gleichen ich hoffe er schießt jetzt nicht volle pulle da mitten rein wo die stehen los kommt hätte vorher das hätte vorher machen können danke jetzt gleich irgendwie da rein war dann marina oder doch schon sagen was man ist denn los das spiel trollt mich die ganze zeit so jetzt hat es der ultimative war schon können wir ihn jetzt schaden machen ich verstehe er nicht so okay alicia wird nicht so eine gute idee finanzend fragment scheint springt da sowieso nichts mein gott ich will dich abschießen ist gar nicht so umgedreht hallo hallo schaden hey cool na hat sich was geändert hat ok dann können wir von da aus wissen ein bisschen schießen jetzt scheinen Stationieren wir uns mal auf die Tower, oder? Obwohl, die einen, die werden uns wahrscheinlich auch abschießen, ne? Egal, wenn wir die mal kaputt machen, ist das kein Problem. Mein Gott, wir schließen uns jetzt ab. Weit? Warum jetzt? Warum ausgerechnet jetzt? What is this shit? Du willst mich doch wohl auf den Arm nehmen. Warum ausgerechnet jetzt? Kevin, du hast kein Problem damit, Leute zu töten, oder? Ja, warum ausgerechnet jetzt? So, Aisha, du noch mal. Irgendwie sieht er uns gar nicht, kann das sein. Ich habe mich irgendwie ein Wesker jetzt aus Resident Evil, der Typ. So, jetzt wieder zwei Bezüge aushalten, äh, zwei Bewegungen. Tümmen sind wahrscheinlich wieder alle da, ne? Oh, fuck. Ah, überlebt. Kein Konter, äh. Okay, warum schießt er nicht, was soll er scheiß eigentlich? Er hat schon wieder voller AP? Hä? Ich verstehe den Kampf noch nicht so. So, also, jetzt, wenn ich ihn jetzt ein paar AP abziehe. Ähm, ja. Ich habe ihn gerade ein paar AP abgezogen, aber... Irgendwie bringt er auch nichts. Ich verstehe es nicht. Aber es sind zwei andere Türme da. Habe ich ja schon zu oft gekillt, oder was? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, da müssen wir die Türme ein paar Marken kaputt kauen, äh, kauen, hauen. Da komme ich auch kauen an. Ja, die sind jetzt kaputt. Ja, okay. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir machen... Wir versuchen uns an diesem Kampf noch beim nächsten Mal. In der hoffentlich vorletzten oder letzten Folge von Let's Play über Curio Chronicles. Ich bedanke mich allerstlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Musik 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 Schöne